Leute, hier kommen wir wieder bei meinem Kanal und wir machen Video 10 Arten von Fußball Die erste Art seht ihr, ist der Jason, zeig dich mal Und die erste Art seht ihr jetzt Und Leute, die erste Art ist der Ronaldo Kopierer Und die seht ihr jetzt Und jetzt die zweite Art kommt gleich Und die zweite Art ist der Jonglierpumpel Und das ist Giovanni Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber Noch ein Versuch Mach mal ohne dieses Ding mit deinem Bein Nur mit Fuß Ohne Bein kann ich nicht Jo, das reicht Und die dritte Art seht ihr Jetzt Bo Was ist das? Was für dritte Art? Und die vierte Art, gell? Ja, die vierte Art Das ist der Alleingänger Und das ist Exxon Und das war die vierte Art Gleich kommt ihr gleich Und die fünfte Art, oder? Oder die sechste? Nein, die fünfte Art ist der Der Freistocher Hochschießer Exxon, film du Ich geh ins Tor Ja Und die fünfte Art Okay Das ist der Tor Hallo Und der war zählt Der hat dreiste Art Die fünfte Sechste Art zählt Ja, ja Die sechste Art ist der Hochschießer Und das ist Exxon Ist es die sechste Art? Ja Okay Und da ist das Tor Ja, los Also, jetzt kommt der Hochschießer Und los Und das war ein Hochschuss Und die siebte Art Seht ihr jetzt gleich Und die fünfte Art Ist der Schweiber Das bin ich Und Giovanni Lass uns mal Angegen, schau Ich geh 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 Das ist meine Verletzung Ja, und das war auch die sechste Art Jo, die Die sechste Art Ist der Angeber Angeber Und das ist Giovanni Der Ibra Imovic Go Ja, und Die neunte Art Seht ihr gleich Jetzt Hallo Die neunte Art Wird der Manuel Neuerkopierer Der Torwart Ja Und der Exxon Ist der Torwart Ich geh Nicht in die Sonne Weil Da kann man es Schlecht sehen Und ja Giovanni schießt Ja, Giovanni schießt Und Ja Jova Feige Ja 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 Und Jetzt Und ja Das war Das war Gehalten Von Und die zehnte Art Seht ihr jetzt Gleich Nicht in die Zehnte Art Bin ich Der Schlechte Ja Und Das Es war